Normalerweise funktionierte im Lateinischen ein Relativsatz mit dem Relativpronomen qui, qui, qu'i, quod so. Discipoli, qui bene, discu, da magistro, laudantur. Schüler, die gut lernen, werden vom Lehrer gelobt. Qui ist hier unser Relativpronomen im Nominativ Plural Maskulinum, das am Anfang des Nebensatzes bzw. des Relativsatzes steht und sich auf Discipoli im Hauptsatz bezieht. Das ist so der Normalfall. Beim relativischen Satzanschluss ist es hingegen so, dass das Relativpronomen ausnahmsweise mal nicht einen Relativsatz einleitet, sondern als Überleitung für einen Gesamtsatz fungiert und zwischen zwei Sätzen eine enge Verbindung herstellt. Trotzdem bezieht sie sich meist auf einen Nomen im vorherigen Satz. Wir können einen relativischen Satzanschluss häufig ganz gut erkennen. Das Relativpronomen steht ganz am Anfang des Satzes, nur manchmal steht er in der Präposition davor und es kann sowohl in einem Hauptsatz als auch in einem Nebensatz stehen. Der Lehrer lobt den Schüler, heißt der erste Satz in unserem Beispiel und jetzt aufgepasst. Das Relativpronomen qui im nächsten Satz übersetzen wir nicht wie gewohnt mit dem deutschen Relativpronomen der, die das oder welcher, welcher, welches. Wir müssen es hier ausnahmsweise mit einem Demonstrativpronomen wiedergeben, nämlich mit dieser, diese, dieses. Alles zusammen lautet dann, der Lehrer lobt den Schüler, dieser freut sich sehr und erzählt es der Mutter. Das war jetzt ein Beispiel mit einem relativischen Satzanschluss in einem Hauptsatz. Ich habe ja vorhin erwähnt, das Ganze gibt es auch in einem Nebensatz, was eigentlich genauso funktioniert und weiter nicht problematisch ist. Man muss nur ein, zwei Kleinigkeiten dabei beachten. Ihr seht, dass das Relativpronomen qui hier auch seine erste Position im Nebensatz behält und die Subjunktion cum an die zweite Stelle rückt. Das ist zu beachten, da man die Subjunktion direkt nach dem Komma erwarten würde und eventuell übersieht. Für die Fortgeschrittenen unter euch auch nur ganz kurz, der relativische Satzanschluss kann auch in Konstruktionen eingebettet sein, also ein ACI oder Abel-Aps oder ein PC. Für das PC hier auch mal ein kleines Beispiel. Der relativische Anschluss ist quibus discentibus, der sich auf die Schüler aus dem vorherigen Satz bezieht. Was wäre Latein ohne mögliche Verwechslungsgefahr? Nun, auch hier gibt es ein paar. Vor allem beim Wörtchen quod am Anfang des Satzes sollte man lieber zweimal hinschauen. Natürlich kann es sich dabei um Relativpronomen, in Nomenativ- oder Accusativ-Singular-Neutrum handeln, das einen relativischen Satzanschluss einleitet. Kann aber auch was anderes sein, nämlich die Subjunktion quod, die kausal mit weil oder faktisch mit das übersetzt werden muss. Häufig muss man einfach mal beide Varianten ausprobieren, also quod als Relativpronomen oder quod als Subjunktion, einfach mal übersetzen und dann nach Sinn entscheiden, was besser passen würde. Auch zu beachten ist, dass eine Form von quiquod am Anfang eines Satzes nicht zwingend ein Relativpronomen sein muss, sondern theoretisch auch ein adjektivisches Fragepronomen. Das ist ja dieselben Form, wie das Relativpronomen hat. Das kann man aber eigentlich ganz gut entlarven, da ein adjektivisches Fragepronomen im selben Satz ein Bezugswort im gleichen Kasus Numerus und Genus braucht. Und eine letzte Besonderheit noch, eventuell erinnert ihr euch an den Merkspruch nach si, nisi, neonum, quo quanto ubicum fällt das kleine ali um. Spruch sagt uns, dass nach diesen eben genannten Wörtern die Vorsilbe ali des Indefinitpronoms aliqui oder aliquis wegfallen kann. Das Problem dabei ist, dass es dann manchmal genauso aussehen kann wie ein Relativpronomen am Anfang des Satzes. Das Ganze lässt sich aber auch leicht lösen, indem wir im Satz einfach auf die eben genannten Signalwörter wie si, nisi und so weiter achten. Und wenn wir sie sehen, denken wir daran, ah Moment, könnte ja auch das verkürzte Indefinitpronomen aliqui oder aliquis sein. Als nächstes Thema haben wir die sogenannte relativische Verschränkung, die wir uns in diesem Video hier anschauen.